ja url muss ich dir da rein schießen wieso muss da ja muss das war so der der reiz zombies klar und mehr als uns klar ich hab mich freigelaufen normal ich hab doppelte ja hier liegen mal schön munition reinballern da sind schon wieder die letzten das ist ja der wahnsinn zigarette zum anfang der runde angemacht und jetzt noch die hälfte dran sehr schön ja 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 Liegt da? Liegt da was? Da liegt eine Nuke. Ich muss da hin um jeden Preis. Yeah. Oh, Muni. Ich nehme einfach, ja, scheiß auf Leerschießen und so. Ja. Wenn die hier hinten lag. Leg noch mal eine Nuke. Da liegt eine Nuke bei dir, die leuchtet bei mir gar nicht. Habe ich gerade gar nicht gesehen. Die war auch ganz hinten hier. Da wurden die Waldbewohner schon hinkommen. Konntest du, glaube ich, gar nicht. Ich dachte, da kam eine Nuke, Alter. Die haben mich noch geschlagen. Ich habe mich so drauf verlassen und einfach mal meine Clays gesetzt, Alter. Dass ich jetzt gerade nicht gestorben bin, das ist ein Wunder. Das glaubt man ja nicht, Alter. Und spätig, guck, man muss sich einfach hier keine Muni kaufen. Das ist der Hammer, ne? Das sagst du jedes Mal, aber ja. Ja, das ist wirklich der Hammer. Boah, hab ich, ey, da habe ich mich jetzt einmal drauf verlassen, dass keiner kommt und dann kam einer von hin. Oder mehrere, Alter. Ganzer Haufen hier. Wir hauen die Runden ja hier im Minutentakt weg, ey. Das ist ja... Drei Minuten Takt oder so. Jetzt haben wir wieder gleich viele Headshots. Yo, stimmt. 203. Bist du so ein Backtastendrücker, Junkie? Ja, nicht so einer wie du, aber... Immer Backtastendrücker. Oh, jetzt habe ich genug Clays gesetzt. Gehen schon wieder hier von alleine hoch. Tuck halt immer am Anfang oder am Ende der Runde und dann... Zack, Zombies in ihre Einzelteile reißen, Alter. Oh, das Insta-Kill. Habe ich gar nicht gemerkt. Ärgerlich, aber der Bus kommt. Oh, jetzt hast du sie alle weggehauen und ich wachs nicht, Alter. Ja, Kills. Oh, Mist, ihr. Habe ich einmal geträumt, damit ich gesehen, dass Insta ist. Und mache hier irgendwelche Fax mit der Jetgun. Ja, man muss die Jetgun in der Hand halten, dass sie sich auflädt. Hast du die andere Taktik? Nee, die hast du mir noch nicht gezeigt, oder? Kevin. Nee, die habe ich noch nicht gezeigt. Kommt das in einem Einzelvideo? Ich denke schon, ja. find die Frage. Hack zu, hack zu, hack zu. Das war's für heute. Munition! Kann! Von den Messern wir tot. Hä? Wo ist er denn? Spinner! Die explodieren jetzt von alleine, die Clays. Ja, bei mir schon die Länge. Seit Runde 10 oder so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Ich bin nicht mehr so. Das ist das. Ich bin nicht mehr so. Was liegt da? Insta-Kill. Munition. Nuke. Hier ist ja was los, ey. Ich nehm Muni... Jop. Ich nehm Nuke. So. Aber wir müssen das auf jeden Fall mal ausprobieren, ob das Easter Egg auch zu zweit geht. Ah! Nein! Down! Wegen mir! Ja. Ah, nicht schlimm. Sorry. Ähm, wie heißt es? Du weißt ja, wo ich gleich sporen muss, ne? Jaja. Ähm, wir müssen das mit dem Easter Egg auf jeden Fall mal ausprobieren. Ob das auch zu zweit geht und nicht nur, ob es zu zweit geht, sondern auch, äh, weil ich es schon hab, ob ich's nochmal mit dir machen kann. Die Chancen auf ein positives Ende stehen schnell! Sorry, Kevin, nochmal. Na, kein Thema. Ich muss mir das mal angucken. Ich weiß selbst gar nicht, ob's wegen dir war. Nee, dass ich dich jetzt hier beschuldige. Beschuldige, aber scheißegal, Mann. Das ist... Was passiert sowas? Das war ja das, was ich vorhin über die Tode gesagt hab. Jeder stirbt mal. Ich hab ja noch alles. Na gut, dann wird's auch gleich mal ein bisschen spannend, weil ich während der Runde ja losrenne, mir Grabstein neu hole, Geld einzahlen gehe. Dann ist das mal was anderes, weil es dann lauf ich hier nicht die ganze Zeit nur im Kreis. Den letzten da hinten töten, du weißt ja, ne? Hab ich ja... Äh, hab ich ja gesagt. Oh, der letzte. Renn da hin. Na, genau hier. Na, genau hier. Sehr schön. So, ich bin da mal unterwegs. Kommt ja klar, ne? Nimm mich an, jo. Leute, die hauen ab. Ah, ne. Sondern... Ihr Jungs könnt im Nebel spazieren gehen, wenn ihr wollt, aber ich hab genug. Also, ich hab die Institut folge, biste Sitting, da? jetzt hab ich halt die Jetgun auch verloren es geht nicht gut was ich jetzt hier gerade versucht der Teleporter ist auch ziemlich kacke egal ich versuche mal was das klappt nicht so wie ich mir das vorstelle jetzt hat es geklappt doch nicht ich hab einen Affen geworfen was für eine Aktion was für eine Aktion das glaubt man mir nicht oh Gott das musst du dir im Video angucken ey ich war quasi schon tot ich war eingesperrt man ich hab eigentlich schon ich hab das Licht gesehen alter oh mein Gott oh mein Gott das musst du sehen wenn du das siehst ey ey das ist der Moment des Monats ey ach du scheiße ey wir können nur so viel Glück haben ich hab instinktiv da bin ich einfach mal in die Luft gesprungen ich hab im Leben nicht geglaubt dass ich das packe ey kacke ey ach ja wäre fast wieder vorbei gewesen hier egal es muss ja ein bisschen risikoreich sein hier der ganze Scheiß das ist ja langweilig das ist ja relativ langweilig ein bisschen Action muss sein ein bisschen Spaß muss sein ich hätte ein sein während der Runde ist ein bisschen krank finde ich ja das ist ein bisschen tricky hier gleich die Zombies kommen erstmal gucken wie viele hier kommen achso die Jetcan ja zack wie wär's mit dem Mittagessen schulingreich hab mir gleich jede Menge Fleisch über ha 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 ein bisschen unterstützt und Hände war es so die Suche hab ich mir eingetroffen ich hab mir nicht so nehm kabumm fuck ich hab nicht so Steuerung und Tastik gedrückt na egal ist doch eh nuke oh fuck wenn es nicht nuke wär ich wär down gewesen ich hab besseres zu tun als vom Witz getroffen fuck hat mein Herz angefangen zu rasen ich bin tot ich pack's nicht ich pack's nicht jetzt vorbei alla kein Bock mehr ja spät die Lassen down gehen Alter echt aaaah ich kann doch nicht mal Zombies füttern kein gar nichts Alter ich bin so fail bei den einfachsten Dingen gestorben hier ey hm ich helfe aber noch ein bisschen mehr zwei konnte ich auf jeden Fall töten mit bei den einfachen von war jaja wie immer ne die Runde wär gleich vorbei gewesen Martin!